Musik Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Playmobil's Next Topmodel. Sechs tolle Mädchen sind noch mit dabei und ihr habt abgestimmt, wer uns heute leider verlassen muss. Ist es Dani? Die wunderschöne Ariana? Ist es Leonie? Melina? Viktoria? Oder die liebe Julia? Oh, das war wirklich toll in der letzten Woche, als die neuen Outfits zusammengestellt wurden. Das stimmt, die meisten von den Models haben auch richtig tolle Outfits gefunden. Deshalb fährt die Entscheidung heute auch besonders schwer, aber wie immer war es eine Publikumsentscheidung. Und heute gibt es das, dass es zum ersten Mal drei Personen nach vorne kommen müssen. Und das sind die Dani, die Leonie und die Julia. Kommt bitte nach vorne. So, eine von euch muss leider gleich die Show verlassen. Fast jede von euch hatte in der letzten Challenge ein richtig tolles Outfit. Nur einen Model leider nicht. Und das war die Julia. Ob das die Julia wirklich jetzt den Platz hier in der Show gekostet hat? Kommen wir nun zu dir, Dani. Du bist unser absoluter Publikumsliebling. So viele Zuschauer haben für dich gestimmt und das gab es noch nie. Und deshalb bist du automatisch eine Runde weiter. Oh wow, direkt eine Runde weiter? Das ist ja der Wahnsinn! So ihr beiden, also das heißt jetzt, eine von euch wird leider die Show verlassen. Und wie Gabi schon gesagt hat, Julia, du hast leider nicht geschafft, ein Outfit zusammenzustellen. Du bist leider raus. Och nein! Diesmal habe ich auch an die Blumen gedacht. Ein paar wunderschöne Rosen für die Julia. Also danke, Julia, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war so eine schöne Zeit. Ich wäre gerne noch länger geblieben, aber es hätte wohl nicht sein sollen. Danke für die Blumen. Die liebe Julia wird uns jetzt verlassen. Alles Gute dir auf deinem weiteren Weg, Julia. Und dann geht jetzt auch schon unsere nächste Challenge los. Und da kommt auch schon Max Click mit unserem Wagen. Wir werden heute Fotos mit diesem schönen kleinen Auto machen. Und wer wird natürlich diese Fotos machen? Der Max Click. Also Mädels, ihr müsst den Wagen und euch richtig in Szene setzen. Oh Mann, müssen wir dieses Auto wirklich fahren? Ich habe gar keinen Führerschein. Es wird super in die Hose gehen. Also, wer von euch möchte anfangen? Hier, ich. Ich möchte anfangen. Alles klar, Melina. Dann leg mal los. Wow, gar nicht schlecht für den Anfang. Als nächstes kommt Ariana. Los, los. Oh, was ist denn da los? Kann Ariana sich vielleicht in ihrem Kleid nicht richtig bewegen? Alles gut bei dir, Ariana? Na gut, dann wollen wir mal schauen, wie Viktoria das Ganze hinkriegt. Wow, was für ein wahnsinns Posing. Das hätte ich mich auf jeden Fall nicht getraut. Ob Leonie das jetzt noch toppen kann? Wer weiß. Wow, bislang lief das Fotoshooting richtig gut. Und jetzt kommt noch unsere letzte Kandidatin, die Dani. Dani, du weißt ja, du bist automatisch weiter, weil du unser absoluter Publikumsliebling bist. Aber ich denke, du solltest das Fotoshooting trotzdem machen. Die Bilder kannst du für deine Setcard nutzen. Ja, und ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Na dann mal los. So, meine Arbeit ist dann hier getan, oder? Das hast du wirklich wieder ganz toll gemacht, Max. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Max. Oh Mann, das wird wirklich wieder eine schwierige Entscheidung. Ich bin so froh, dass wir das nicht hier alleine treffen müssen. Oh ja, das werden ja wieder unsere Zuschauer entscheiden. Jetzt geht's zum Voting. Dani, gehst du bitte aus dem Bild raus? Du bist ja automatisch weiter. So, wer ist weiter? Ist es Ariana? Ist es die Melina? Die Viktoria? Oder die Leonie? Einfach abstimmen unten in den Kommentaren. So, ihr Lieben da draußen. Welches Model hat euch am besten gefallen? Welches Fotoshooting war einfach nur grandios? Schreibt eure Favoriten einfach in die Kommentare. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Playmobiles Next Topmodel wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.